Liebe Botschafter dieser Erde, die wichtigste Information für euer Land überhaupt. Die besten Wissenschaftler der Erde, die zwei Scientists for Future 2, haben die Formel gefunden für ein Wirtschaftswunder für jeden Staat dieser Erde. Die jungen Leute von Fridays for Future, Greta Thunberg usw. scheinen intelligenzmäßig nicht in der Lage zu sein, das Angebot einer Zusammenarbeit mit den besten Wissenschaftlern der Erde annehmen zu können. Aber vielleicht können Sie es als Botschafter Ihres Landes, egal welches Landes dieser Erde. Die zweiten Scientists for Future 2 haben herausgefunden, Sie kennen bestimmt diese ganze weltweite Diskussion, ob denn nun unser kapitalistisches System, das so viel auch Umweltzerstörungsaspekte hat, Klimafragezeichen, also Klimaprobleme verursacht, die heiß diskutiert werden, ob man das nun glauben soll oder nicht usw. Auf jeden Fall ist sozusagen der Kapitalismus sozusagen steht in Diskussion überall, aber selbstverständlich, dass diejenigen Tyranneien und Diktaturen, die so assoziiert sind, also die ganzen weltweiten pseudokommunistischen Gesellschaften, pseudosozialistischen Gesellschaften sind natürlich auch keine Lösung. Also das heißt, diese sind natürlich eine noch viel größere Katastrophe. Also Tyranneien und Diktaturen im Stile eines Pseudokommunismus, eines Pseudosozialismus oder einer Pseudoplanwirtschaften sind natürlich völlige Irrwege. Also dann lieber Kapitalismus, das ist klar. Aber eben es gibt jetzt eine Lösung, es gibt die ideale postkapitalistische Gesellschaft, die ihnen ein Wirtschaftswunder, egal wie sie zu dem Thema des Klimas stehen, das ist völlig egal. Die zweiten Scientists for Future 2 würden ihnen auch kostenlos helfen, ihr Land, egal wo es hier auf dieser Erde ist, einen riesigen Besprung wirtschaftlich erfolgreicher zu machen. Ein glücklicheres, gesünderes und langlebigeres Land. Also die Arbeit der Professoren ermöglicht, dass wir alle das Land, das die Professoren reformieren kann. Ja, die Menschen können Richtung 127 Jahre alt werden. Wir können uns also endlich wieder unserem natürlichen, genetisch gegebenen Sterbealter allmählich annähern. Und wir können diese 127 Jahre in hundertmal mehr Lebensqualität und Lebensglück verbringen. Also deswegen googeln Sie nach den zweiten Scientists for Future 2. Hier schauen Sie sich die Homepage an, schauen Sie sich die hunderten von Videos an und so weiter. Und hängen Sie einfach Greta Thunberg und Fridays for Future ab, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben, das Angebot der zweiten Scientists for Future 2 für eine Kooperation anzunehmen. Seien Sie schneller als diese und nehmen Sie das Angebot der zweiten Scientists for Future 2 an und lassen Sie sich von den besten Wissenschaftlern erklären, wie Ihr Land einen riesigen Sprung in der Welt nach vorne machen kann. Tschüssi! Tschüssi! Tschüss!